Musik Hohohoho, ich denke mittlerweile muss ich mich euch nicht mehr vorstellen, denn ihr wisst ganz genau, wer hier spricht. Hohohoho, heute möchte ich euch ein Geheimnis erzählen. Ich kann natürlich nicht jedes Jahr zu Weihnachten alles alleine schaffen und habe deswegen viele Helfer auf der Erde, die mich jedes Jahr tatkräftig unterstützen. Dazu gehören auch meine lieben Freunde von Aktion Kindertraum. Jedes Jahr zu Weihnachten ermöglichen sie in vielen Kinderhospizen in ganz Deutschland die schönsten Weihnachtsfeiern. Und deswegen ist es heute mal an der Zeit, dass ich mich bedanke für die tatkräftige Unterstützung. Danke, Aktion Kindertraum. Schön, dass ich euch habe. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020